Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 12. November. Heute haben wir dabei Apple, Facebook, Google Maps, Google Stadia und Google Chrome. Beginnen tun wir mit einem Update zu Apple TV, beziehungsweise das Betriebssystem von Apple TV, und zwar das TVOS 13. Das hatte ja eine große Änderung mitgebracht, denn es wurde der Startbildschirm ein bisschen verändert und man hat jetzt oben relativ viel Werbung beispielsweise für Apple TV gesehen, für Sachen, die einem vorgeschlagen werden. Und vorher konnte man da sehen, was man als nächstes gucken könnte und es sah halt anders aus und man hatte etwas mehr Übersicht. Und anscheinend hat Apple da mal auf die Nutzer gehört, denn jetzt mit dem aktuellsten Update, das ist TVOS 13.3, da kann man das nämlich auch wieder rückgängig machen. Also sprich, dann sieht Apple TVOS 13 ein bisschen aus wie Apple TVOS 12. Also, wenn euch das gefehlt hat, dann Update installieren und einfach in Einstellungen Apps TV App reingehen und dann könnt ihr das entsprechend dort ändern. Nächstes Thema, Facebook. Die ermöglichen euch jetzt die Veränderung der Shortcut-Leiste und das Abschalten der Benachrichtigungsblasen, also der kleinen roten Blasen. Und das finde ich extremst gut, denn in der Shortcut-Leiste ist bei mir zum Beispiel der Facebook Marketplace. Den benutze ich aber auch nie. Und erst recht möchte ich nicht sehen, dass da in irgendwelchen Facebook-Gruppen Nachrichten aufgetaucht sind und dann halt eine Notification durch diese rote Benachrichtigungsblase oder Benachrichtigungspunkt angezeigt wird. Und all das kann man jetzt endlich ändern. Das finde ich sehr gut. Das könnt ihr natürlich in den Einstellungen machen, aber es gibt halt auch eine einfachere Möglichkeit in der App, und zwar iOS und Android. Also, ich habe es auf jeden Fall schon freigeschaltet im letzten Update bekommen. Also, schaut mal nach, ob es bei euch auch geht. In der App selber, in der Shortcut-Leiste unten, könnt ihr einfach auf einen Punkt gedrückt halten und dann kommt ein kleines Menü hochgepoppt und dann könnt ihr auswählen, dass der Menüpunkt weg soll oder dass der Benachrichtigungspunkt dort nicht mehr angezeigt wird. Finde ich, wie gesagt, eine Megasache und ich konfiguriere mir das gleich erstmal so schön, wie ich es brauche. Nächstes Thema, Google Maps bzw. Google Local Guides. Google Local Guides, das ist ja praktisch das öffentliche Profil, was ihr habt, wenn ihr Tipps und Fotos und Bewertungen an Plätzen hinterlegt auf Google Maps. Und auch da gibt es ja mittlerweile diverse Level. Man kann ja x Sachen erreichen dadurch, aber das war immer so ein bisschen versteckt und jetzt wird es serverseitig ausgerollt, sprich es gibt kein Update der Maps, aber die Information, was Google Maps dann auf eurem Telefon nutzen kann im Menü, wird entsprechend vom Server gepusht und dann habt ihr nämlich jetzt dort die Möglichkeit, die Option, mein Profil auszuwählen. Dann seht ihr euer Profilbild, euren Local Guides Level, eure Punktezahl und habt die Möglichkeit, darunter auch eine Biografie zu haben, so eine kleine mit einem Satz oder zwei. Denkt mal eher so an eine Twitter-Biografie. Da könnt ihr angeben, was entsprechend euch bewegt, warum ihr Local Guide seid und ihr könnt halt dort auch direkt das Profil bearbeiten. Ihr müsst nicht ins Web gehen und habt noch diverse Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise, dass auch die Adressen der Google-Kontakte auf der Karte angezeigt werden oder persönlich relevante Ereignisse. Auch das könnt ihr da in eurem Profil einstellen. Das ist logischerweise für euch und nicht für andere gedacht. Also guckt es euch mal an, wenn ihr das schon freigeschaltet habt und eventuell nutzen möchtet. Und zweites Thema von Google heute, Google Stadia. Das ist ja der Spiele-Streaming-Dienst von Google und der startet am 19. November und dann haben die Founder, oder zumindest ein paar, ihre Konsole am Start und können zocken. Und so langsam gehen die Vorbereitungen los. Die Android-App ist nämlich schon draußen. Dort kann man entsprechend sich die installieren und nichts machen, solange man keinen Einladungscode zur Hand hat. Ja, so ist es dann eben. Gleichzeitig sind auch schon diverse Webseiten aufgetaucht. Darunter die AGB, das Euler und die Datenschutzerklärung. Und wenn ihr euch da schon mal einlesen möchtet, könnt ihr das jetzt im Web schon mal machen. Viel Spaß dabei. Und das dritte und auch letzte Google-Thema für heute ist Google Chrome. Google hat angekündigt, dass im Google Chrome jetzt langsame Webseiten entsprechend markiert werden. Also Google identifiziert die und wenn ihr die Seite ladet und die dauert halt lange zu laden, dann würde Google dann auch wirklich explizit reinschreiben, dass die Seite generell langsam lädt. Und mich würde auch nicht wundern, wenn das dann auch irgendwann in den Suchergebnissen schon direkt mit angezeigt wird. Ist, ja, finde ich eine ganz gute Sache. So erkennt man halt nicht, dass irgendwas mit seinem Gerät nicht funktioniert, sondern es ist einfach eine schlecht programmierte Webseite. Und in der Zukunft möchte Google wohl auch in Kombination ziehen, wenn das Gerät auch schlaggebend ist. Sprich, ihr habt ein total altes, weiß was ich, Nokia Windows Handy und lädt eine Seite und das lädt generell schlecht. Dann möchte Google euch dann wohl mitteilen, dass die Seite langsam lädt, dass das aber auch an eurem Gerät liegt. Finde ich eine gute Seite, äh, eine gute Seite, eine gute Sache. Denn Information ist immer schön. Ja, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.